Also, wir bräuchten eine Lieferung. Nach, zu der, zu der Festung, ne? Zu der Slow Valley Festung wahrscheinlich, ne? Yeah, genau. Wir sind auf der Bedrock-Decke gerade und wir bräuchten ein bisschen was, wir bräuchten was zu essen und zu trinken. Okay, was soll ich da bringen? Also, wir bräuchten, wir brauchen Fire-Resistance-Tränke, die haben wir vergessen. Ich hab noch drei in meiner Kiste, aber es wäre cool, wenn du noch ein bisschen was nachbrauen kannst. Ein bisschen Fire-Resistance auf acht Minuten gestreckt. Und wir bräuchten noch ein bisschen mehr Essen. Aber Essen viel, also wirklich. Okay. Aber du bist echt die Einzige, die das da hinbekommen und deswegen haben wir gedacht, wir wenden uns an den Tisch. Achso, na dann, ja. Ja, okay, also ein bisschen Essen, so golde Karotten, ne? Also, klar, golde Karotten. Die bekommen nur das Beste. Ja, also, wenn du Emeralds hast, kannst du bei mir in der Base betraden. Das ginge, das Krochi. Ja, Krochi, ja. Ich hab keine Emeralds. Haha.